Im Prinzip schon, ja Bloß Alara seins, vielleicht kommt ja noch ein gutes Item bei Rum Ich glaub da nicht dran, weil jetzt müsste eigentlich doppel anarchistisch kommen, aber... Können wir eigentlich schon Betten drauf abschließen Dann machen wir jetzt Marn, also It Lives in dem Fall Badabum badreng Dann gehen wir nochmal schnell zurück Wir haben bestimmt 20 Minuten Mewtero 2 hinter uns Oh man It Lives Oh das hier wird auch gespaß, direkt am Anfang mit den Lasern Ey wie so ein behinderter Ich glaub du stirbst Oh Mama, komm mal runter Du stirbst Über 3 Komm mal nicht rum Der macht mich knacklos Über 3 Ich glaub du unterschätzt die Negativstärke vom Wiggle Worm Gleich schon Larry kommt Du machst das Item zum schlechtesten Item, was du jemals gehabt hast Ey, neben dem Poop... ne Quatsch, Vater, der Poop ist zumindest nicht negativ, der ist neutral Niko Niko, Schub da Wub, Roid Rage Das ist... Hölle Nicht Wiggle Worm Mit dem... da lernt man draus Ja Das holt man nie wieder Hahahaha Chocolatmilk Selbst Chocolatmilk Solange ich gerade ausschießen kann, das hat alles nur zum Wiggle geworden Ich bin schon Mein Chocolatmilk ist noch nicht mehr so stark Oh super, ne große Fliege Yippie Oh Ich hab keine Bomben mehr Ja, hast du doch Oh ne, schüttle Oh, man ist immer noch gestärbt Ja, verständlich Obwohl Larry mir wahrscheinlich jetzt Probleme machen will Ja, natürlich Geh Kleines Scheiße Schieß nach rechts Schieß nach rechts Dann müssen wir den Diagonal schießen Hahahaha Uh, gut Ich glaube, du willst da nicht stehen Na, lieber dir als Larry Wenn der auf mich zukommt, ist so oder so Ende Ja Nee, heißt der Larry? Ja Nee, Schub Schub Ich wollte gerade sagen, Larry ist doch hier Larry ist der Arsch, der viel früher gestorben ist Genau der Heul doch Pussy Und jetzt geh ich noch hier Oh, ich hab vier Schlüssel Ja Ja Halleluja Halleluja Fällt mir erst jetzt auf Ah Ja, siehste mal Wie gut ich aufpassen Und Nacht 20 Minuten YouTube 2 Oh, 25 Oh, 25 Das reicht nicht Alter, das ist ja das... 2 Parts YouTube, oh Gott Nee, ich glaub nicht, dass es so krass wird So du das Ja, was erwarten Du sagst Ja, Zeldar Ring sind... Ja, Zeldar Ring sind... Zeldar Ring! Ohohohoho Was? Zeldar Ring? Ja, das... So nenne ich diesen Vorgang, wenn... Aber es ist wirklich Dill Legends of Zelda Ja Nicht mal so sehr... Ähm... Ja... Das ist... Raum basiert Dill Legends of Zelda Ja Jetzt müsste ich so... Scheiß... Oh, wir haben mich trotzdem in die Shield geschickt Das ist mir mal passiert Oh, ich hab das Spiel mal verarscht Bin... Ich bin... Durchs Licht gegangen Und dann direkt in die Falltür? Die... Nee, in die... Ähm... Ja, okay... Hätte ich auch machen können Ich bin aber in die Tür gegangen Ah Das zwar eine Kreativeltür war, aber da kommt mir ja trotzdem die Shield Ja Weil die macht ja so keinen Sinn Ich hab mal was... Was hab ich gemacht? Ich glaub ich war in der Cathedral mit der Schaufel Und hab ich Schaufel benutzt Das war gar keine coole Idee Ich weiß nicht mal ob ich in die Shoal oder in die Chess kam Ich glaub ich kam in die Shoal Dann in die Chess Und aus der Chess kam ich auch wieder raus Oh, weißt du doch wo wir aufgenommen haben? Wo ich dann erst mal in der Chess war? Jaaaa Teleport Ende Ja Was hielt's? Das war... Teleport war Secret Room oder so, gell? Ähm... In Geed oder so Weil aus Bossräumen kann man sich ja nicht rausbauen Und da in der Chess alle Räume Bossräume sind Und da da... Ja... Alles erinnert uns Und noch ein Schlüssel Oh yeah Und ne Bombe Oh yeah Zwei Bomben Ich glaub noch nicht mal, dass der unten ist Nee, Mitte links Ich würd Mitte rechts sagen Aber... Kann sein Nee, ist okay Oh man... Oh man... Ich denk mir halt... Ich denk mir halt... Ich denk mir halt... Ich denk mir halt... Zwei Bomben Oh ja... Weil es vielleicht falsch ist... Dann musst du doch nicht zurück Ja... Oh je... Das hier ist mir Liebe... Ich glaube ... Scheiße! ... Der guycktMiss, die das nicht mal Es warint Oh Gott! Yippie! Da bin ich übrigens sicher, dass ich Bad Trip auch einsetzen kann. Fuck! Was ist schlimmer? Engel oder? Engel oder ein Engel reinlaufen. Das hier könnte schon mal ein Ende sein, ey. Nein, du hast ja auch Bad Trip. Ich kann es nicht glauben, dass du keinen Hit abbekommen hast. Das kann ich sogar tatsächlich relativ gut. Ja, das kommt von deinen ganzen Parodien und Parodien. Ja, ja. Was? Nein! Den hast du nicht getroffen, oder? Nein. Du willst mir jetzt nur beistehen, Arschloch. Ja, hallo? Geschlossen hinter einer Wand. Er kommt immer weiter nach vorne! Bleib hinten! Ich schieße! Ich schieße! Schon oft genug passiert, dass Bomben aus irgendeinem Grund... Die haben irgendwie immer eine unterschiedliche Hits-Range, so, weißt du? Reichweite! Fuck you! Ganz ehrlich, fuck you, Hasen! Alter! Wiggled my way around the pony! Das ist ein scheiße Ernst, oder? Bleib stehen! Störb! Bitte! Now I try! Mein Problem ist... Isaac! Ja, das wird hab er hart. Und das auch. Wenn ich einen guten Tag hab, dann werde ich von sowas nicht mal annähernd getroffen. Ich kann mal einen guten Tag haben, wenn ich mich überhaupt aufkomme, was... Ja, das ist ein Punkt. Wow! Ey, wird nicht immer... Straight dran vorbei. Aber es ist richtig straight. Das ist ein Punkt. Wo ist mit, wenn ich in den Chest gehe? Verfluter Scheiß! Ja, ja... Ja, muss kein Schritt ziehen. Boah, verreck! Alter! Scheiße! Ich will nochmal Bad Trip Ich will nochmal Tim hat mir Angst, dass jemand mir so Angst Und dann wirst du von dem fliegenden Auge getroffen Ne, das war, ich wollte ja von dem getroffen Achso, ok Alter Der Raum war auch krass Jetzt kommt Pestiden Ich will das White Hart Jaja, auf jeden Fall, das ist ein Hintenmehr, den du nehmen kannst Ein Hintenmehr, genau deswegen Weil ich zweifle so ein bisschen, zu Recht Weil wir gewonnen Das ist wie wenn du jetzt sagen würdest Boah, ich gewinne das Fußballspiel und ich schneide dir vorher ein Bein ab Dann gewinne ich das Fußballspiel Kein Ding Ist jetzt schon die Playstation 3 Und wer hat mit Holland Weltmeister? Ja So, das war jetzt gar nicht mal so gut Allgemein Nein Hatte, aber muss ich jetzt eher ernsthaft sagen, ich fand ich hatte ein bisschen Pech Von dem Räumen her, was in den Räumen drin ist, hätte leichter ausfallen können Hätte Dann kommt jetzt Isaac Wird hart Kommt hier du mal, ich muss mich konzentrieren Kommentar, kommentar, kommentar Danke Endlich kümmern wir uns kleine Schwänze Oh ja, muss ich das jetzt auch rauspiepen? Arschloch Ich fand das so ansatz Fuck, ich fand das so ansatz Ich fand das so ansatz Nö, ich hab Penis gesehen Das kann ich bei Isaac eigentlich ganz gut keinen Hit nehmen. Ja, das ist so ein zügiger Parodius-Endgegner irgendwie. Erst wenn, ähm, Engel kommen. Die Engel sind das Schlimme. Ja. Weil den... Da, den kann ich noch ausweichen. Da habe ich mein eigene... Wow, der war mies. Der war echt mies. So. Meine eigenen Tricks, würde ich sagen. There goes the Whiteheart. Oh, Alter! Wie ist das so schnell? Oh, nein! Ich will doch nicht sterben! Ich glaube, du wirst nicht drumherum kommen. Rafa hat sich noch ein bisschen zu viel fähig. Vor allem, du hast gerade vier Herzen. Du hast vier Herzen, der Kaffee will. Was ist denn die Kosten, die du jetzt tragen musst, Rafa, dass du halt die kompletten Devs übersprungen hast? Tot. Kommt da. N.S.L. schreibt. Ja, ich fand das auch total unfair, dass du so unfair und Räume hattest. Oh, Mann. Wie soll der sich eigentlich umbenannt? Seit wann kann man... Ach, nee, ich iss ja mit Google jetzt, ne? Google verbinden, dann kann man sich auch umnennen. Ja, richtig. Die waren schon seit Tagen, da ich mein Profil... Woaah, fuck! Fuck, 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 fuck. Alter, hier sind doch zu viele! Ja, können bis zu fünf werden, wenn man nichts lange leben lässt. Das ist schon richtig so. Ja, aber das können nur vier werden! Ja, nein, fünf ist schon... Kacke! Tatsächlich, wahr. Scheiße, aufpassen! Was? Nein! Wo kommt der her? Das ist doch kacke! Guck, wovon ich getötet wurde. Conquest. Aber ist großartig. Kacke! Wie mies ist das denn? Oh. Der Chaos im Mix! Ich... Ich hab... Ich achte nie auf die. Die haben mich vorher noch... Gekillt? Ich bin einmal reingelaufen, ja, weil ich keinen Platz hatte. Aber... Wirklich, dass er mich hittet! Tja. Tja. Wow! Aber cool ist es davon so. Das ist wohl ein interessanter Run. Ja. Der trotz seines frühen Endlessen relativ lang wird. Oh! Dank den ganzen... Ich hab jetzt schon mehr Devs zum Arm-Kills. Alter! Ja, das ist die logische Konsequenz irgendwann. Oh, oh, oh! Warte! Jetzt muss ich mal... Few secrets... Ja, Judas Zunge... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ich glaube auch. Marmos Boy. Tatsach! Marmos Boy... Dann war... Ähm... Ähm... Äh... Wie hieß die anderen noch mal? Isaac... Was... Cool! Ja, give me a heart attack. Fuck you! Ah, die anderen beiden weiß ich ja nicht. Ja, ja. Spacement Boy und... Äh... Spilanka Boy. Spilanka Boy. Mein Name ist Edwig Mann. Mein Name ist... Bla. Ich bin Blau Bla. Ne, ich bin der Eifel X-Plan. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Fuck you two. Also, you two ist echt nicht meine Lieblingsband. Ne. Auch, äh... Die Kammerversion find ich besser. Bis dahin! Suu. Ciao!